Herzlich Willkommen in Gottes Haus. Wir haben festgestellt, dass es unzählige viele Menschen gibt, die mit Problemen und Schwierigkeiten und Schmerzen in ihrem Leben kämpfen, die notvolle Situationen haben. Und häufig wissen sie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das sind Dinge, die anders laufen, als sie sich das gedacht haben, als sie ihr Leben geplant haben. Und die Reaktion ist Frustration, Enttäuschung und Entmutigung. Und weißt du, Entmutigung findest du tatsächlich an jeder Ecke. Entmutigung ist etwas, was in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist. Entmutigung findest du in jeder Nachrichtensendung. In jeder Tageszeitung. So viele Probleme, Schwierigkeiten, politische Probleme, Zukunftsprobleme, Umweltschwierigkeiten, menschliches Versagen, Katastrophen. Es ist so entmutigend. Und sehr viele Menschen erleben Entmutigung vor allem in einem oder mehreren von drei Lebensbereichen. Der erste Lebensbereich ist Beziehung. Beziehung zwischen Freunden, schon in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Familie, mit Verwandten. So viele Beziehungen sind wirklich schwierig. Der zweite Bereich ist Gesundheit, körperliche oder psychische Probleme, Schmerzen, Gebrechen, körperliche Schwierigkeiten, die teilweise aus dem Nichts auf einmal mysteriös auftauchen. Und der dritte Bereich ist der Bereich der finanziellen Versorgung. Da spielt auch Rente hinein oder Arbeitsplatz oder Arbeitslosigkeit, wo viele Menschen wirklich darunter leiden. Und wir haben den Eindruck, dass Gott uns einen Dienst der Ermutigung für Menschen gegeben hat, die unter solchen Schwierigkeiten und Problemen und Schmerzen leiden. Und unsere wichtigste Botschaft, unsere wichtigste Nachricht, die wir weitergeben wollen, ist die. Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich. Wir laden dich herzlich ein, dich umzuschauen auf unseren Seiten und das zu erfahren. Gott hat mehr für dich. In dem Sinne, herzliche Einladung in Gottes Haus, denn wir wissen, der Herr hat mehr für dich.